Was jetzt? Ich hab's bezahlt. So, wir müssen reinrennen. What? Nee. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Kingdom to Crows. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Ist offen. Ja, den Vorschlag, den wir machen, der zählt nur für dich übrigens. Okay. Lauter da. Aber warum hast du dann den Bären? Trotzdem. Den hab ich bei dir in der Spielsession. Bei mir hab ich den nicht. Okay. Wo ist denn der Turm? Ist das der Turm? Ne, sieht ja vollkommen anders aus. Den kann man doch weiter aufrufen. Den hab ich doch auch. Nee, jetzt hast du da auch so ein Schild dran gemacht. Hab ich da ein Schild dran gemacht? Ja. Das stimmt, ja. Aber da stehen so viele Leute rum, dass man das gar nicht sieht. Ich seh ihn noch, ich seh ihn noch. Da, da, kommt er. Ja, ist so normal. Da hat sich das Schick geholt. Ja. Ja. Okay. Na gut, dann kannst du halt mehr von diesen Tanks rekrutieren. Du musst halt bloß alle Türme umwandeln. Aber die tun ja nicht mehr Deffen. Hm. Na gut. So, äh, wo machen wir jetzt weiter? Hier links. Wir rücken jetzt durch. Links wollten wir, ja. Die Nacht abwarten und dann starten wir ein Angrafen. Den wollen sie nicht verhindern. Nach rechts können wir glaube ich schon das Ding komplett wegmachen. Ja, nachdem wir links kommt auch das Ding. Wir können ja beide wegmachen. Da bist du rechts auch schon komplett dran. Ich glaube ich war rechts auch schon komplett dran. Wir können auch rechts erstmal wegmachen. Wir brauchen mal ne Bombe. Na, ich guck mal schnell wegen Porten. Dass ich da schnell rüberkomme. Guck mal hier hast du voll das gute Farbenland, ey. Die Farben davor ist auch super. So, jetzt hab ich den Typen wieder. Auf dem Rücken. Hm, kannst du den absetzen irgendwie? Ja, das hab ich ja noch nicht verstanden, wie man den absetzen kann. Oh, ich beam mich zum Hauptgebäude und du kannst schon mal in die Front gerne. Ja, ich geh gerade ganz nach rechts. Genau, und ich geh zum Hauptgebäude. Dann droppen wir den Angriff ab, wobei die Bombe kann ich ja schon mal in Auftrag geben. Richtig teuer. Könnte ich nur eine kaufen? Nur eine. Äh, musstest du die selber abholen? Was denn? Die Bombe? Wie? Achso, äh, ne, die sind mir irgendwie hinterher gelaufen. Von die Handwerker an? Ja, die Handwerker haben die geschoben. Ich rekrutiere gerade zwei neue. Die Bombe kommt. Ich guck ja gerade, ob ich hier überhaupt schon am Ende dran bin. Wir sind eine Bombe gekauft. Wenn nicht mal statt schon mal... Na ja, gut. Schau einfach mal. Okay, bei mir ist auch noch ein paar Teil. Auch noch eins. Ich hatte jetzt einen Angriff. Warte, jetzt einen Angriff sagt er. Die Bombe ist jetzt auf dem Weg, sonst ist er wieder lost. Ich schiebe doch nur einen Handwerker die Bombe. Ja, ich kann nur einen Angriff starten. Weil die Leute nicht hier sind oder was? Oh Mann. Einen Angriff? Ja, aber die Leute mir gerade irgendwie wieder hinterher gelaufen sind. Ich habe keine Ahnung. Hast du nur einen? Ne, ich kann nur einen Angriff. Oh Gott. Aber die laufen mir trotzdem hinterher. Also... Vielleicht greifen die ja gleich mit an. Ne, schön, da hast du auf jeden Fall zwei. Beide weg. Ja, ja. Ach, ich schaff's doch schon. Da ist ganz schön viel Bogenschützen dabei. So einen kreisen Geschmack würde das reichen. Dang. Ja, ich denke, dass er auch noch an wird. Ich denke, dass er auch noch an wird. Okay, total ist down. Ich müsste bei dir aber wieder einen Angriff kommen, ne? Oder bei dir. Unterschiedlich. Da wird doch mal nur weggeheizt. Die Bombe ist noch nicht da. Gut. Aber jetzt kommt doch die Bombe. Drei Handwerker schieben die. Na jetzt geht's ja sowieso gerade nicht. So weit komm ich ja noch nicht vorwärts. Ich muss erstmal da safen. Ja, mich im Schlepp da. Okay, die Welle auch tatsächlich alle hinterher. Oh, da kommt die Welle. Zurück, 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 zurück. Oh Gott, die Bombe. Die Bombe ist verschwendet. Boah, was vier fliegende Viecher. Ja, das klaut die Arbeiter, ne? Hast du Geld, um Dings zu spawnen? Bogenschützen? Dann mach das. Komm mal. Ja, das mit der Bombe war total dem nicht. Du hast gehört, du warst zu weit. Ja, trotzdem. Jetzt steht die ganze Armee vor der Mauer. Die beschützen jetzt quasi die Bombe. Bei der nächsten Welle sind die weg. Okay, wir greifen direkt jetzt wieder an. Und der klaut jetzt hier die ganzen Arbeiter. Was willst du da angreifen? Die verglüht doch jetzt bei Tag, oder? Oh, ich starte nen Angriff. Ich hab kaum Kohle. Ich bin voll. Da sah was. Geben mich jetzt, ne? Oh, sie kommt zurück. Ist tot. Na, hier kommt schon die nächste Angriffswelle, ne? Noch eine. Ja, stimmt's Gott, wer das macht. Die gehen wir da. Ja, Feuer. Oh, ne Krone. Die landet jetzt im Wasser. Okay, überlebt. Sind aus. Hast du Bogenschützen rekrutiert? Ja, da hab ich gemacht. Erschöpft. Ich hab gar kein Geld gerade. Ich bin voll. So, irgendwie vor dir kommen. Ja, hier ist das Emporter. Nein, kann das jetzt doch was werden. Ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer. Wie soll denn alles sein? Ich hab keine Ausdauer. Wie soll denn alles sein? Was? Wir müssen reinrennen. What? Ne. Never. Wahr. Dann werden mein ganzes Geld eingesammelt. Ich hab mir noch mal bezahlen. Ne. Warum? Wahrscheinlich das Ding hier erstmal wegmachen müssen. Kann sein. Da kommt noch so ein Ding. Ah, da fallen die Beine ab. Okay. Ah, die Leute sind alle gestaunt. Ich bin dann der Säure verreckt. Oder? Wir kicken. Alles gut. Ich hab mich in der Bombe versteckt. Ich hab die Beine abgeholt. Ich hab die Beine abgeholt. Nein, ich hab die Beine abgeholt. Ich hab die Beine abgeholt. Ich hab das nicht bei dir anders geblieben. Ich habe die Frage, ob es auch ohne den gehen würde. Das ist eine gute Frage. Wie kommen denn dann auch von den Teilen? Viele. Das ist auch nicht so gut. Ich kann das Feuer nicht die ganze Zeit machen. Ich habe auch einen Cooldown. Ja, klar. Ich habe auch einen Cooldown. Und dann was anderes. Hast du noch Gold? Ein bisschen, ja. Ich habe doch mal bezahlen müssen. Jetzt kommen da hier bestimmt irgendwelche Hartenpicher. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gleich keinen Geurten mehr. Na, ich kann kein Pfeffer. Spossen. Na, Alter. Wie weit denn noch? Da muss ich kaum Bombe bezahlen. Feuchtig, oder? Ne, eine Münze. Scheiße. Schmeiß, eine Münze. Hab sie. Ich meine, es dropp, dropp, dropp. Kannst du nicht dropp? Ne, der Soldat hat es eingesammelt. Hast du sie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die sind mir egal. Der bewegt sich nicht mehr. Der bewegt dich schneller. Ich sehe nichts mehr. Der bewegt sich nicht mehr. Der Krone. Alter. Okay. Wir sind jetzt tot, oder was? Das war es, oder was? Anscheinend. Tage gespielt. Habgieriger getötet. Was? Oder sind wir gestorben, wenn wir nicht rechtzeitig rauslaufen konnten? Ne, oder? Das hätten wir nicht geschafft. Das war übel weit. Keine Königin. Wir haben verkackt. Nein, echt jetzt? Ja. Hat uns die Bombe jetzt kaputt gemacht, oder was? Ja, mal schon. Komm, nochmal laden. Warum ist das denn? Ich glaube nicht, dass wir nochmal laden können. Hä? Warte mal. Das ist doch unsere erste Siedlung, oder? Weiß nicht. Oh, scheiße. Wie dumm war das denn? Okay, hier ist der Falke gerade wieder abgestürzt. War das auf der ersten Map? Ich glaube, wir wollen ja irgendwie noch keine Stein mohren. Wir haben doch schon alles auf Stein abgegradet. Also hier stehen auf jeden Fall Steintürmchen, ja. Verstehe ich nicht. Hier ist auch ein Endportal. Wir haben die hier alles weggerissen. Das hätten wir doch niemals geschafft, in der Zeit wieder rauszurennen. Wir hätten jetzt sofort umdrehen müssen, ja. Wumme bezahlen und wegrennen. Wir haben ja noch ewig geguckt. Hä? Es steht nur da Farm. Hier steht alles noch. Aber die Mauern sind nicht da. Das hast du gut erkannt. Also jetzt hätte ich diese Siedlung angegriffen? Ah, hier kann ich die Steinmauern reparieren. Naja, das kann ich auch reparieren. Wir müssen ja gerade durchbastet sein. Ich glaube, ohne den Drachen schaffen wir es nicht. Der wäre ja total broken, dann. Das wird hart. Das ist ein Morgs, ja. Ich glaube, ich habe gerade keine Angriffe, weil du hast da bei dir eine. Hm, ich sehe noch nichts. Nee, Nacht ist jetzt rum. Wir haben wohl mehr oder weniger Glück gehabt. So, machen wir jetzt hier erstmal weiter, oder was? Ja. So muss hier das gleiche nochmal. Ähm, ich weiß halt nicht, welcher Map wir sind. Der erste. Oh, das ist auch Tag 2. Also, wir behalten die Strukturen, fahren bloß den Zyklus von ganz vorne an. Sprich, es kommen auch nur ganz wenig Gegner jetzt. Dann nimmst du beim nächsten Mal den Greif, oder was? Keine Ahnung, kann ja irgendwas. Na, der kann doch die so zurück, genau, der kann die so zurückschlagen. Das heißt, ich frage, ob wir erstmal dir den Drachen wiederholen. Na, den Greif habe ich jetzt schon. Greif hast du schon, genau. Gut, dass wir das hier hochziehen, alles wieder. Und dann auf die vierte Karte in den Drachen holen. Oder ob wir euch hinjotten können, noch. Ah, wir möchten ja wieder den Bauern-Buff, der fehlt wieder. Also, ich habe noch jemanden in der Kiste haben. Das weiß ich auch nicht. Wie viele Leute jetzt erstmal rekrutieren, ne? Ja, ich bin gerade dabei. Drei Sichen, fünf Bögen und zwei Handwerker habe ich gerade geholt. Super. Hier gerade die Mauern wieder alle hoch. Na, das habe ich auch schon gemacht. Jetzt bei der letzten Mauer. Können die auch schon auch wieder aus Eisenhammer anscheinend auch immer noch. Können die auch weiter hochziehen. Ah, die Tante ist da. Ich habe schon mal drei Diamanten für den Getreide-Buff. Wenn die in der Kiste sind. Na, fucks. Doch, sind drei drunter. Haben wir den Mauer-Buff eigentlich? Ja, ja, den Bauer, den... Nicht den Bauern, den Mauer. Ja, den fürs Getreide halt. Nein. Mauern. Für die Mauern. Verteidigung. Wall. Mauer. Kann man den sich da auswählen? Was? Kann man sich den auswählen? Nein, den hatten wir doch aber beim letzten Mal auch. Da haben die die doch so komisch glänzend gemacht, die Mauer. Ja, ja, den gab es auf der zweiten Karte. Aber wir sind auf der ersten Karte. Das weiß ich halt nicht mehr. Die Gateide-Felder. Das ist Bogenschütze. Prüfer. Können auch Pfeile sein. Oh, ist gekauft. Ach, nee, es ist ein... Bogenschützen-Buff, tatsächlich. Die haben wir uns fehlen, zahle ich wieder eine. Okay. So, jetzt brauchen wir Gold. Äh, ganz viele sichern. Jetzt kommt mal Tag 3. Wir sind schon über zweit. Könnte einfacher werden. Ja, wäre Mist, wenn wir jetzt alles nochmal von vorne machen müssten. Ja, kann sein, dass wir halt erstmal wieder auf die nächste Map müssen. Kann sein, dass wir da alles machen müssen. Ja, nochmal neu aufbauen. Ja, nochmal neu aufbauen. Ja, dann könnten wir rein theoretisch hier auch das Endportal machen. Der wollte schon den Drachen holen. Der war ja echt... Ach so, ja, stimmt. Torrey, Geist will wieder irgendwas. Ja, wieso? Oh, das Haupthaus noch abrusten, aufrusten. Und so viel habe ich nicht. Und das Schiff holen. Wobei, wir müssen jetzt nochmal Leute rekrutieren. So, ob wir erstmal Personalraum kriegen, wenn wir gar keine Bogenschützen, wir haben nix hier. So, ich hab's können noch ein paar holen. Und hier die Bappen. So, ich bin wieder pleite. Okay, wir müssen erstmal Getreide drücken. Getreide, Getreide, Getreide. Ich hab hier zwei Felder. Ich hab hier auch zwei. Zwei Leute, die... Und hier hab ich nochmal eins mit vier Feldern. So, die hast du schon, klar. Und bei mir kommt jetzt ein Dritter dazu. Fünf Felder macht der gerade da draus. Du hast doch dem einen Typen mir das Geld gegeben. Vielleicht zahlt er das jetzt aus. Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kauf noch ein paar Sicheln.